Ja, jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Frieden hier im Knast. Da hoffen wir ganz einfach mal, dass das ein bisschen anhält. Ständig da die Prügeleien zwischen Wächter und Gefangenen sind ja auch auf Dauer ein bisschen nervig. So, hier unten, da habe ich einen Tipp gekriegt von euch. Könnte es eventuell in Zukunft Probleme geben, wenn die Gefangenen hier rumrandalieren und eine Waschmaschine kaputt machen. Dass dann eben mit Strom und dem Wasser da ja vielleicht ein Techniker einen Stromschlag kriegt oder sowas. Deshalb habe ich mir mal überlegt, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier noch irgendwo einen Schalter reinbauen könnten, würden tun. Und wie auch immer. Dann habe ich mich entschieden, den könnten wir hier hinsetzen. Und dann können wir da unten die Ecke ausschalten, wenn es da Probleme gibt. Und dann können die das in aller Ruhe reparieren. So, ja. Was habe ich eigentlich hier geplant? Hier habe ich geplant für andere Kriminelle, die nicht hier oben einsitzen, eine eigene Kantine zu bauen. Und das dann entsprechend, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Entsprechend anders zu gestalten. Sagen wir es mal so. Also hier oben dann praktisch zu sagen, okay, hier dürfen alle Schwirstverbrecher rein und hier unten, da dürfen alle anderen rein. Damit die voneinander getrennt sind, die schweren Jungs und die normalen Jungs und so. So, die werden jetzt schlafen geschickt. Das ist immer interessant, wenn die schlafen geschickt werden. Die Betten reichen, wie es aussieht mal. Was war das? Ach, das war der Schalter. Ja, jetzt können wir nicht machen. Switch off und dann wird es da unten dunkel. Können wir machen. Switch on und dann wird es wieder hell. Lustig. So, ja. Was haben wir noch so schönes hier am Laufen? Wir wollten hier gerade Zellen bauen. Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. So, eigentlich wollen wir das hier alles überdachen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, der reißt uns die Mauern wieder raus. Kommt mir zumindest so vor, als ob er hier die Mauern wieder rausreißt. Aber das ist mir dann auch egal. Ich wollte es jetzt nicht alles einzeln anklicken. Dann setzen wir halt die Mauern nochmal neu. Ich habe es vermutlich sowieso falsch gemacht. Ich hätte einfach eine Zelle bauen sollen. Dann hätte ich die einfach immer nebendran kopieren sollen. Dann wäre es auch gut gewesen. Wir haben ja jetzt das Cloning-Tool freigeschaltet. Wir haben ja alles erforscht, was zu erforschen geht. Ah ja, lassen wir es mal. Sollen sie mal loslegen hier. Einer hat noch keine Zelle. Der sitzt noch auf der Bank. Hm. Arme Sau. Ja, ich habe auch den Tipp von euch gekriegt, dass ich doch Fenster und so weiter machen soll. Damit könnte man Environment, ähm, eventuell, äh, beheben. Weil dann können sie rausgucken und dann sagen so, boah, ist das schön grün da und so. Und dann fühlen sie sich da direkt wohler. So, jetzt haben sie das alles gemacht, oder wie? Und jetzt, äh, ja, mach mal. Reiß mal die Wände ab, dass ich mich aggern kann, dass ich so dappich war. Hab das jetzt so gemacht. Alter, ich bin ein Vollidiot. Na, ist egal. Ich cancel die ganzen Lampen. Weil ich eben festgestellt habe, dass das total bescheuert ist, äh, mit den Lampen. Ähm, wenn wir die vorher schon setzen. So, und jetzt haben wir hier gesagt, das soll alles offen sein. Das interessiert den nicht. Ha. So rum geht's. So rum haben wir alles offen. Ja, und jetzt müssen wir wieder hingehen und müssen wieder, äh, müssen wieder Zellen bauen. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich habe die Befürchtung, dass es auch nicht klappt. Doris klappt. Unglaublich, das klappt. Ja, coole Show. Dann, äh. Dann ist das super. Dann haben wir nämlich jetzt gleich einen Gang mit einer Tür nach draußen. Ich baue irgendwie alles so komischen Etappen. Ich weiß, das ist, äh, ich hätte das besser machen können, aber... Irgendwie ist bei mir gerade so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen Brain AFK. Wisst ihr, das ist so ein kleines Problem, was ich irgendwie habe. Das liegt daran, ich habe unheimlich Probleme gehabt die letzten, äh, zwei, drei Tage, was, äh, YouTube angeht. Nein, 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 nicht die Probleme, die andere haben mit Content ID oder so ein Blödsinn. Nein, ich hatte Probleme mit, ähm, Rändern, was nicht funktioniert, wie es soll, weil irgendwie, ähm, wie soll ich das erklären? Ich habe Codec Packs upgedatet, die ich auf dem Rechner habe. Und kaum hatte ich die Codec Packs upgedatet, die ich auf dem Rechner habe, äh, ging gar nichts mehr. Ja, sagen wir es mal so. So, hier im Flur können wir die Lampen eigentlich installieren lassen. Ja, also ich habe schön Updates gemacht und dachte, cool, jetzt geht alles besser und so. Und dadurch hatte ich nur Probleme, was das Rendern angeht. Ähm, das hat irgendwie alles bei mir ohne. Um, umgestellt. Also der hat doch Codecs irgendwie dann ausgetauscht in meinem Renderprogramm, die gar nicht ausgetauscht werden sollten. Da war ich eigentlich glücklich mit. Äh, ja. Und da habe ich dann halt, äh, eine Nacht mit rumgekämpft und hab dann gerade so noch die Videos online gekriegt. Und jetzt, ähm, in der letzten Nacht. Und da bin ich hingegangen und hab schön rendern wollen und alles. Und, äh, da hatten wir einen Stromausfall und da war natürlich gar nichts gerendert, weil Computer ohne Strom halt nicht läuft, ne? Der ging einfach aus. Und das war auch super. Da habe ich mich auch super gefreut. Da habe ich gedacht, bingo. Genau das habe ich gebraucht. Bin dann halt mal früher ins Bett. Und da habe ich morgens aufgestanden bin, gab es dann wieder Strom. Aber da musste ich dann halt den ganzen Kram dann, äh, ins Rendern packen. Und, ähm, tja. War nicht so einfach, dass dann alles noch irgendwie an dem Tag hochzukriegen, für den es gedacht war. Aber ich habe mir das ja selber so problematisch gemacht, indem ich einfach hingegangen bin und habe einen Uploadplan veröffentlicht. Wer ist auch so bescheuert und macht einen Uploadplan. So, ähm, was haben wir denn hier schon wieder? Ich will doch, dass hier die ganzen Türen auf sind. Wo ist denn... Ich komme mir langsam vor, als bin ich so ein bisschen mischup. Was ist mit dir denn? Der ist exused. Der ist tired. Der ist tot. Der ist müde. Ah, guck an, guck an. Wo die Worker hingehen, wenn sie müde sind. Die gehen in den Pausenraum. Wer soll es nicht glauben? Geile Geschichte. Achso, wegen Wohnen. Äh, hier. Walkspeed Fast Indoor. Das ist der, der hier überall liegt. Der Walkspeed Fast Indoor. Und, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, das hier. Walkspeed Fast Indoor. Also sprich, es gibt sich da nicht viel. Ob ich Metallplatten lege oder ob ich die, äh, Concrete Floor lege, äh, das gibt sich nicht viel Indoor. Die sind so oder so schnell. Schneller geht nicht, wie das, was die hier machen. Man soll es nicht glauben. Ich habe das extra schon mal, schon mal getestet. Also, äh, damit ich euch da keinen Blödsinn erzähle, habe ich das extra mal getestet offscreen. Die sind wirklich nicht schneller. Das ist, äh, eine, eine Täuschung, der man unterliegt, wenn man denkt, dass es schneller ging. So, was brauchen wir alles, um eine Zelle zu haben? Wir brauchen ein Bett. Und wir brauchen ein Klo. Und dann ist noch die Frage, kriegt ihr, kriegen die auch noch ein Fernseh? Ich meine, wir haben ja Geld. Kriegen sie auch noch ein Fernseh, komm. Baut mal da eine Mauer. Achso, und, äh, was wir auch noch brauchen, das haben wir denen ja abgeschafft. Ist ein Licht. Das brauchen wir natürlich auch noch. So, und das versuchen wir jetzt einfach mal zu nutzen, dass wir ja gleich auch Sachen kopieren können. Wie gesagt, der Fernseh fehlt noch und dann legen wir los. Und dann kopieren wir diese Zelle den Flur hoch. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und das will ich dann noch so gut machen, dass das gescheit funktioniert, ohne dass wir Stress kriegen. Deshalb will ich nur das hier kopieren. Geile Geschichte, das funktioniert. Aber es ist teuer, wie ihr seht, weil wir in jedem Knast noch ein Fernsehgerät mit dazu stellen. Das ist ja das teuerste am Knast. So drüben sind die Luxuszellen für glückliche Strafgefangene. So, dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wasserrohr brauchen wir natürlich auch noch. Einmal hier runtergezogen. Ich finde das immer lustig. So Wasserrohre verlegen, finde ich immer lustig. Im Deployment hatten wir da unten Jobs zugewiesen, oder? Fünf Gefangene Jobs. Au, ich weiß, wo das Problem liegt. Wir haben keine Jobs zugewiesen. Wir haben hier kein Work reingepackt. Wir müssen hier natürlich auch noch Work reinbringen. Ich Volldösel. Das ist die Frage, wenn wir die hier schauern lassen, schauen sie es dann in einer Stunde zu essen. Ich habe da so meine Bedenken, wenn ich ehrlich bin. Der Plan funktioniert. Ich bin mir da nicht so 100% sicher. Schauen wir mal. Warten wir es mal ab. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch Röhrchen legen. So, dann mal schauen, ob das gut geht, was die hier vorhaben. Irgendwie enden die da alle ein bisschen. Hä? Wieso enden die da? Bing, bing, bing. Ey, diese Metalldetektoren hier. Schlagen aus ohne Ende. Jetzt komm, holt euch was zu essen hier und dann macht hier happy, happy. Warum latschen die denn da rum? Haben die keinen Hunger? Needs. Die haben gar keinen Hunger. Ja, ja, dann machen wir. Shower eat sleep. Free time. Free time. Work. Free time. So, ich bin mal gespannt, ob das Funktion klappt hier. Oder ob das zu Stress führt. Was ist denn das jetzt? Wen habe ich denn da angeklickt? Ein Wächter, der jetzt da rausrennt. Alter Schwede. War gar nicht meine Absicht, aber ist egal. Damit die mal Klamotten kriegen. Ey, die können zurückfangen an. Die haben keine frischen Klamotten. Die müssen ja am Rad drehen. Weil sie keine frischen Klamotten haben. Hm. So, jetzt macht mal hin, Jungs. Baut schneller. Okay. Ich beschleunige nicht mal, dass sie schneller bauen. Ich verstehe es nicht. Warum blinken die Toiletten, dass sie kein Wasser haben? Das hängt doch am Wasserrohr, oder nicht? Das ist ja ein Krampf. Okay, was machen die? Was machen die? Was machen die? Ist aber nicht doof? Oh. Ich habe mich täuschen lassen. Hier fehlen noch zwei große Wasserrohr. So, jetzt müssen die nämlich alle duschen gehen. Jetzt gehen die auch duschen. So. Duschen, duschen, duschen. Wenn sie mit duschen fertig sind, gehen sie. Wohin? Wenn sie mit duschen fertig sind, gehen sie essen. Okay, dann alles darüber. Zack, 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 essen. Fassen sie essen. Der eine telefoniert noch schnell mit zu Hause. Du sollst was essen, dann telefonieren. So, jetzt haben wir so Freizeit. Sind die alle satt und manche Leute müssen arbeiten. Und die, die arbeiten müssen, die müssten jetzt eigentlich mal in die Wäscherei gehen. Achso, nee, arbeiten kommt gleich. Jetzt gucken wir uns jetzt mal schnell an, ob der Ablauf funktioniert. Bisher hat sich keiner aufgeregt von unseren Gefangenen. Bisher ist alles Paletti. So, jetzt werden Leute zur Arbeit geschickt, wie es aussieht. Die gehen da runter. Brauchen wir schnell einen hier, der da reinguckt. Ah ja, super. Das heißt, jetzt werden hier Wäschekörper geschnappt und dann gehen die Jungs da hoch und verteilen saubere Klamotten. Sehe ich das richtig? Tun sie. Und die dreckigen Klamotten, die fliegen dann hier durch die Bude. Bingo, passt. Gut, hört sich doch soweit ganz gut an. Außerdem müssen wir noch Räume definieren. Und zwar müssen wir hinten noch Zellen draus machen. Ja, das sind hier nämlich noch keine Zellen. Dann können wir hier mal ein paar Leute noch verlegen. So, jetzt wird der da abgeführt. Einmal quer durch die Küche. Sehr schön. Diese Abkürzungen sollten wir, wollten wir schon immer mal nehmen. Und dann backen wir rum und das ist jetzt seine Zelle. So, und jetzt soll der wieder arbeiten gehen und, äh, ja. Da, es gehen einige duschen und ziehen sich mal frische Klamotten an. Da freuen sie sich jetzt. Da freuen sie sich, dass es endlich frische Kleider gibt. Aber irgendwie scheint es noch nicht so für alle zuzutreffen. Keine Ahnung. Vielleicht die, die arbeiten müssen oder so, dass die noch keine frischen Klamotten haben. Könnte natürlich sein. Warten wir es mal ab. Bisher gab es noch keinen Stress. Bisher ist uns noch keiner aufs Dach gestiegen. Wir machen mal wieder ein Knast aufkommen. 15 neue Gefangene. Das müssten wir aber hinkriegen. 15 Stück. Ja. Wir haben noch 18 Betten frei. Das schaffen wir, die 15 da unterzukriegen. Die Telefone, die hier stehen, die benutzen die kaum. Die gehen hierhin telefonieren. Auch sowas, was ich nicht unbedingt verstehen muss, aber was halt so ist, wie es ist. So. Wir brauchen, ähm, einen Guard. Und der hier Patrouille läuft. Dass wir hoffentlich da reingucken können. In die Zellen. Da können wir reingucken, wenn der vorbeiläuft. Hier können wir nicht reingucken, wenn der vorbeiläuft. Was läuft da schief? Ja, das zählt nicht als Zellenblock. Herzlichen Glückwunsch. Warum zählt das nicht als einen Zellenblock? Drama. Muss ich jetzt wirklich hingehen und muss wieder jede Tür ausbauen, die ich da eingebaut habe. Na super. Und das mitten in der Nacht. Ah. So, also, wir müssen die ganzen Dinger hier wieder ausbauen. So, wir sollten die Geschwindigkeit mal reduzieren. Immer diese Zuordnungs-Desaster. Komm, baut sie raus, tragt sie weg. So, jetzt müssen wir die alle neu setzen. Eins, zwei, drei. Der ist noch im Ausbauen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fufzehn. Weil jetzt müsste das, bis auf die. Wieso zählt die Zelle jetzt nicht dazu, ey? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt sind wieder einzelne Zellen als einzelnes Ding markiert. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Das... Jaaaa. Die machen mich Kira. Diese Raum-Zuteilungs-Automatik macht mich manchmal Kira. Das ist zum Mäuse melken. So, jetzt haben wir hier eine Schere gefunden. So, verteilt hier frische Klamotten, ja, sehr schön. Die Gefangenen, die jetzt ankommen, noch schöne frische Klamotten kriegen. Küche, kriegt ihr das auch noch hin, hier zu kochen, zu machen und zu tun? Die im Gefängnis mal wieder ein bisschen Leben einhauchen hier. Aber es scheint soweit ganz gut zu funktionieren, also wir sind relativ pari, was zumindest hier oben das, äh, Danger-Level angeht. Wir müssen jetzt noch irgendwo Werkstätten bauen. Ich bin am überlegen, wo. Hier haben wir einen Eingang. Ist der Weg zu weit, wenn ich hier unten Werkstätten baue? Ist das ein zu weiter Transportweg? Habe ich gegen den Mikro gehauen? Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ist das ein zu weiter Transportweg? Hier der Eingang, da unten die Werkstätten, müssen die dadurch die zu viele schleusen und so weiter? Normalerweise nicht. Es müsste gehen, doch hier unten Werkstättenbau, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare, was denkt ihr? Passen hier Werkstätten hin oder passen hier keine hin? Ich sage an der Stelle erstmal, äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen da. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.